Ihre Sternstunde des Fußballs? Eine kleine Sternstunde als Torwart der Schülermannschaft. Das Schülerturnier gewonnen, eine etwas größere. Der 1. FC Lok arbeitet sich Mitte der 80er Jahre hoch. Girandon, Bordeaux, Wolverhampton Wanderers immer weiter Schritt für Schritt. Und wir erleben das alle im Stadion mit. Ihr Fußballheld? Ja, das ist schwierig, da einen herauszuheben. Aber wenn mir einer auffällt, dann ist das Uwe Seeler. Warum? Das ist ein Mann, der sich von unten hochgearbeitet hat. Der geackert hat ohne Ende. Hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Was ich besonders beeindruckend finde, er hat sein Leben lang beim HSV gespielt. Hat sich nicht weglocken lassen zu den Italienern, um das dicke Geld zu machen. Und dann, als er ganz oben war, uns Uwe, ist er immer noch dicht bei den kleinen Leuten gewesen. Dann hat er aufgehört zu spielen, ist dann irgendwo noch in der Versicherung tätig gewesen. Er ist ein Mann, wie man ihn sich wünscht. Nicht abgehoben, sondern mit beiden Beinen auf der Erde, außer wenn er einen Fallrückseher macht. Wer wird Europameister und warum? Deutschland wird Europameister, mit großer Sicherheit. Weil es eine gute Mannschaft ist, weil Deutschland stark im Team ist, sich gut motivieren lässt. Die Fans sind dicht bei, die fahren dort immer hin. Und zum anderen ist klar, dass mit Ballack an der Spitze, mit einem, der aus Görlitz bzw. Chemnitz kommt, der für Schub und Aufbruch und Konstanz und Leistungsstärke und Motivation steht, jemand da an der Spitze ist, der die Mannschaft zum Sieg führen wird. Und Jogi Löw wird sein Übriges tun, indem er die richtigen ringsherum stellt. Wer darf auf keinen Fall Europameister werden und warum? Auf keinen Fall wird der Europameister werden, der nicht mit zur Europameisterschaft fährt. Alle, die dort sind, haben die Chance, Europameister zu werden. Und ich freue mich auf interessante Spiele. Sollte Deutschland nicht Europameister werden und ein anderer ist besser, dann ist es auch schön. Es ist ein wunderbares Fest, ein Spaß, ein Sport, der am Ende dann den auf dem Treppchen sehen sollte, der der allerbeste ist. Wenn Sie Bundestrainer wären, würden Sie was machen? Ich glaube, das überlasse ich lieber Jogi Löw. Und der Mannschaft dort kenne ich mich nicht so gut aus. Ich würde mich vor allen Dingen dafür wappnen, wenn es mal schlecht läuft. Dass man aus so einem Tal herauskommt, wenn man mal eine Niederlage einstecken musste, dass man dann die Kraftreserven mobilisiert. Und darauf muss man vorbereitet sein. Denn als Sieger vom Platz zu gehen, das ist ja dann kein Kunststück, sich zu motivieren für das nächste Spiel, für die nächste große Herausforderung. Aber wenn es mal schlecht läuft oder wenn es mal Streit innerhalb der Mannschaft gibt, dann die Rezepte zu haben und die innere Kraft, die innere Motivation, das ist besonders wichtig. Und darauf würde ich wahrscheinlich als Trainer ganz besonders Wert legen.